Willkommen wieder bei CKTV, dem einzig wahren Seher. Wir schauen uns heute wieder eine kleine neue Reaction an. Wer hätte das gedacht? Hm, Standard-Content, wie immer. Und welches Video schauen wir an? Ich bin extra groß, ihr könnt es nicht lesen. Ihr wisst nicht, um welches Video es geht. Ihr könnt ja gerne mal raten. Könnt ihr raten? Außer die, die jetzt hier im Stream sind, die haben natürlich einen kleinen Vorteil. Irrelevant. Und zwar, nein, das ist das Falsche. Da. T-Tag, was war denn an Silvester los? Darauf habe ich mich echt gefreut auf diese Reaction, denn mir ist es ein persönliches Anliegen geworden, was ich da erlebt habe, die ganzen, nicht nur Nachrichten, auch die eigenen Berichte, die ich teilweise aus Berlin gehört habe. Wie gesagt, ich habe zwei, drei Kollegen dort. Und nicht nur in Berlin ging es ab, sondern auch wirklich in allen Großstädten war wirklich Rambazamba. Und das nicht auf die schöne Art und Weise, sondern auf die bösartige, schlimme Weise. Und ich bin froh, dass wenigstens ein YouTuber dann sich die Zeit nimmt. Ich weiß nicht, ich frage mich, was eigentlich er macht. Tim, was machst du? Erzähl mal, bitte. Äh, nee. Doch, erzähl mal. Würde ich echt gerne wissen. Und schauen wir uns einfach mal an, wenn euch das gefällt, wie immer. Und in der Beschreibung seht ihr natürlich den Link zu seinem Video. Lasst auf jeden Fall da die Watchtime mindestens im Hintergrund laufen und gebt ein Like oder ein Dislike, falls es euch nicht gefällt. Und natürlich, wie immer, auch ein Sub. Also schadet ja nicht. Also erst mal mir ein Sub und dann ihm ein Sub. Ich habe noch nicht die Partnerstelle erreicht, deswegen wird langsam mal Zeit. Und die Watchtime habe ich ja witzig, weil es ist schon was. Schon irgendwie eine Ironie, ne? Egal, schauen wir mal rein. Let's go. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute reden wir endlich über die Silvesternacht. Einige von euch haben wahrscheinlich schon eine Menge davon mitbekommen, aber ich wollte trotzdem mal drüber sprechen. Auch weil es in der Debatte um das Ganze einige Fake News und Werte Aussagen gab. Kommen wir aber dazu, was überhaupt an Silvester passiert. Was für Fake News sind da entstanden? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also wirklich, ich würde jetzt echt mal gerne wissen, was für Fake News und Falschaussagen. Also die Bilder und so konnte man schlecht faken. Also ich habe wirklich Videos gesehen, also vor allem ein Video habe ich gesehen, wie er mit dem Motorrad da durchgefahren ist und da war Rambatshammer. Das war wow. Das war wow. Das war wow. Wow. In mehreren deutschen Städten, besonders aber in Berlin, kam es zu Angriffen auf Rettungskräfte. Die Einsatzwagen wurden mit Böllern beworfen, Raketen beschossen und teilweise mit Dingen abgeworfen. Mancherorts schlug die Stimmung allerdings um. Eine Szene aus Berlin, die das hemmungslose Silvester zeigt. Ein Mann wirft einen Feuerlöscher auf den Rettungswagen. Die Scheibe hält der Stahlflasche stand. Aber nicht nur das, ein Einsatzwagen wurde... Ich frage mich, warum? Was haben dir die Menschen getan? Nee, mal ganz... Also ganz solide gesprochen. Du bist da, du bist voll in Berlin, voll in Partylaune, hoffentlich nicht zu sehr alkoholisiert. Also Alkohol ist keine Ausrede, ganz gewiss nicht, sogar das Gegenteil. Weil darauf sollte er es rechnen. Wobei im Grunde in beiden Fällen, egal ob alkoholisiert oder nicht, in beiden Fällen sollte dann Therapie anstehen, dass sowas nicht normal vorkommt. Aber im Grunde, du musst einfach überlegen, der Typ wirft etwas gegen das Auto eines anderen und in dem Fall sogar nach der öffentlichen Behörde und beschädigt. Da kommt mir, also ja, ich spreche es wieder an, Empathie. Der muss sich doch vorstellen, wie wäre es, wenn er jetzt da gefahren wäre und bei ihm das... Der hätte sich doch darüber aufgeregt. Ich verstehe, wie gesagt, ich versuche es immer reinzuversetzen, aber der Alkohol ist der einzige Grund, warum es nicht mehr rational ist. Und in dem Fall sage ich, ja, das war ein Alki, also Alki in dem Fall, er war alkoholisiert. Entschuldigung, nicht, dass du jetzt denkst, er war krank, sondern er war extrem alkoholisiert und hat es nicht mehr rational gedacht. Und das war aber auch trotzdem, das geht halt nicht. Sogar wenn du nicht mehr, du musst einfach deinen Pegel kennen. Du musst dein Maximum kennen. Und ein Sylvester sowas... ...wurde sogar von einer riesigen Gruppe von Leuten einfach ausgeraubt. In Berlin stoppten 25 Vermummte einen Einsatzwagen und raubten ihn aus. Wie ehrenlos muss man bitte für diese Aktionen sein. Es ist eine Sache, mit seinen Kollegen mit Raketen und Böllern so zu spielen, dass man sich gegenseitig gefährdet. Und damit schon die Rettungskräfte davon abhält, anderen Leuten zu helfen, die nicht selbstverschuldet Hilfe benötigen. Aber die Rettungswagen aktiv daran zu hindern, anderen Leuten zu helfen oder sie sogar auszurauben, sodass die Rettungswagen im Zweifelsfall nicht mal mit Equipment oder Medikamenten aushelfen können. Geschweige denn, dass sie nicht sogar vielleicht dadurch verletzt wurden. Also 25 Leute, ich kann mir kaum vorstellen, dass 25 Leute stockbesoffen sind und dadurch nicht mehr rational denken können. Das muss ja ein geplanter Akt gewesen sein. Und ich denke mir so, ganz ehrlich, was muss in diesen Menschen falsch sein? Da muss ja irgendwas falsch gepoltet sein. Die sind nicht mehr normal. Solche Leute gehören weggesperrt oder bestraft. Auf einer sehr hochgradigen Art und Weise. Damit sie daraus lernen, Böses zahlt sich nicht aus. Böses muss im Busch bleiben. Oh Mann, wenn das Thema Empathie sich weiter so durch die Videos zählt, hast du in zwei bis drei Jahren genug Material für eine Complication. Auf jeden Fall. Empathie, 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 Empathie. Diese Menschen beherrschen rationales Denken auch ohne Alkohol nicht. Ja, das ist ja das. Wobei, sie rauben etwas aus. Also müssen sie irgendwas Rationales daran sehen, aber eine falsche Denkweise haben. Aber ich war schon immer sehr, sehr skeptisch darüber, warum man überhaupt böse Taten macht. Also wirklich Taten, die einem anderen Menschen schadet. Das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Warum? Klar, aus Emotionen, vielleicht aus Eifersucht. Gerade im Hitze des Gefechts. Gibt es ein irrationales Denken. Aber wenn du nüchtern dastehst, wie kannst du denn einfach sagen, oh, den haue ich jetzt. Oder oh, den verdresche ich jetzt. Oder oh, den beklaue ich jetzt. Dann denke ich mir so, what the hell? Ey, die Menschen sind doch so am Arsch schon. Wir haben schon eine kaputte Welt. Die Welt wird gerade nicht besser. Die wird nur schlimmer. Und wenn du dazu noch beiträgst, also bitte. Und das Schlimmste ist halt, als guter Mensch darfst du dir nichts Böses wünschen. Und ein böser Mensch macht selber böse Sachen, also ist es ihm scheißegal. Und du bestraft uns. Ja. Die Frage wäre, ob sie die Taten selbst als böse einschätzen. Andere Wahrnehmung, andere Einordnung. Aber im Grunde ist ja alles falsch, was gegen das Gesetz verstößt. Also wobei Klimaaktivisten, die an der Straße kleben, ist ja eigentlich auch schon ein Regelbruch. Aber sie wollen zumindest etwas Gutes damit machen. Auch wenn der Weg beschissen ist, aber sie wollen etwas Gutes erreichen. Was bringt dir einen Raubüberfall auf den Krankenwagen? Jetzt mal Realtop. Sie kriegen ja ein bisschen Asche. Was nutzen sie mit diesem Geld? Also wie gesagt, sie können ja das Zeug verkaufen, wenn sie es überhaupt an den Mann bekommen oder an die Frau. Sie können es verkaufen, dann kriegen sie was? Ein paar tausend Euro. Was können sie davon machen? Versaufen? Keine Ahnung, was man damit macht. Aber ich, Realtalk, du, wenn du das rauskommst, also ich hätte schon, ich verstehe halt nicht, warum dieses System schlechte Gewissen existiert ist bei den Menschen, gar nicht. Die müssen doch irgendwie schon mal ein schlechtes Gewissen haben. Gegenüber ihren Liebsten. So müsste man das denn dir beibringen, was das bedeutet. Ja, Empathie, ich weiß. Es gibt Menschen, die das Gesetz als illegitim ansehen. Wenn du das Gesetz nicht schon als solches anerkennst, warum solltest du einen Verstoß als böse sehen? Naja, weil das Gesetz ja auch dich irgendwo beschützt. Naja, im Regelfall. Es gibt halt Gesetze, die irgendwie schaffen, auch noch gegen den Menschen zu arbeiten, aber jetzt im Regelfall, es geht einfach darum, dass du jeden Menschen schützt. Und das ist das, was ich ja meine. Wer auch immer daran beteiligt war, schämt euch. Schämt euch in Grund und Boden. Wie fändet ihr es, wenn ihr mal Hilfe benötigt und der Rettungswagen euch nicht oder nicht mehr helfen kann, weil andere Leute sowas machen? Würdet ihr solche Aktionen dann immer noch feiern? I doubt it. Ihr seid widerliche Menschen. So ein Verhalten ekelt mich wirklich an. Aber es kommt natürlich noch schlimmer. Wer hätte es gedacht? Denn es bleibt nicht nur bei Angriffen auf die Fahrzeuge, nein, die Rettungskräfte selbst wurden angegriffen. Unter teils lebensgefährlichen Bedingungen. Feuerwerkskörper als Waffe gegen Autos und Menschen, Sicherheits- und Rettungskräften blieb nur der Rückzug. Was stimmt bitte mit diesen Leuten nicht? Ich habe das Gefühl, dass unsere Strafen zu milde sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass die Strafen einfach zu milde sind. Wenn du mehr Angst hättest davor, manchmal muss man halt mit der Angst ankommen. Wenn du Menschen hast, die nicht mehr rational denken können, dann musst du mit der Angst arbeiten. Wenn sie es nicht mit Vernunft verstehen, dann musst du mit Angst gehen. Man will jedem helfen. Auch Menschen, die sich manchmal echt dämlich verhalten. Und das ist auch gut so. Aber wenn du von Natur aus jemandem schaden möchtest, musst du halt vielleicht auch mal ein bisschen härter gegen diese Menschen vorgehen. Aber natürlich auf Rechtswegen. Und auf rechtlichen Wegen meine ich auch mit Polizei zum Beispiel. Ich finde das... Ach Gott, ich... Mann. Das triggert mich einfach total. Und ganz ehrlich, Schämen ist noch was zu harmlos für die Leute. Sie müssen sich viel, viel, viel mehr Gedanken drum machen, was wäre, wenn jetzt ihre Liebsten ausgeraubt werden, wenn ihre Liebsten verletzt werden. Im Grunde reicht das schon. Im Grunde reicht das schon. Das reicht doch schon als moralischer Grundwert. Du willst nicht, dass einem Liebsten etwas Böses angetan wird. Oder etwas angetan wird. Und jetzt muss man einfach die Situation umsetzen. Sie rauben einen Wagen aus. Also ganz grob genommen. Sie rauben einen Wagen aus. Jetzt fährt die halt zum Beispiel die Mutter. Also mal einkaufen. Und dann kommen fünf Leute und rauben ihren Wagen aus. Mit allem drum und dran. Geldbeutel etc. Da würde sich doch derjenige, der jetzt gerade diesen Krankenwagen ausgeraubt haben, müsste doch rein logisch gesehen darüber nachdenken, mir würde es auch nicht gefallen, wenn er mit der Mutter ausgeraubt würde, weil es tut mir da weh. Es tut mir seelisch weh. Da müsste er doch einfach weiterdenken können. Gesetze sollen jeden beschützen. Nimmt eine Person, die nicht so war, Teil aus der Enttäuschung unseres Systems und unserer Gesellschaft, Teil aus psychischen Störungen soll nicht denselben Topf kommen, kann aber zu ähnlichen Folgen führen. Folgt daraus, dass sie nicht das als strebenswert ansehen. Ja gut, wie gesagt, einzelne Fälle gibt es immer wieder. Stimmt natürlich auch. Vor allem jetzt natürlich, es gibt bestimmte Gebiete in Berlin, die bedauerlicherweise wirklich unter Armut leiden. Aber auch die kriegen ja ein gewisses Maß an Unterstützung. Leider auch zu wenig. Das ist bedauerlicherweise immer so. Ich weiß auch nicht, warum man das nicht bekämpfen kann. Ich bin dafür nicht fähig, das Ganze zu analysieren. Aber im Grunde, sie kriegen doch trotzdem die Möglichkeit, zur Schule zu gehen. In Krankenversicherungen haben sie gesetzliche. Sie kriegen also auch medizinische Unterstützung, falls alle Nöte reisen. Sie haben ein Sozialsystem, was eigentlich unterstützen soll. Sie haben ein Schutzsystem mit der Polizei, wenn irgendwo was ist, dass sie da beschützt werden. Im Regelfall natürlich. Also deswegen, ich finde, unser System ist trotzdem erstrebenswert. Es gibt überall Probleme, überall auf dieser Welt und auch hier in Deutschland. Ich finde, unsere Probleme zumindest als durchschnittliche Bürger, in Anführungsstrichen, sind wirklich ein bisschen quenger auf höherem Niveau. Oh, das stimmt. So würde ich es sagen. Die in der Armutsgrenze oder sogar in der Armut direkt sind, kann ich sogar noch irgendwo verstehen, dass sie Unmut haben gegen Deutschland und andere mögliche. Aber solche Sachen zu machen, vor allem die Körperverletzung. Scheiß drauf, dass sie jetzt den Wagen ausgeraubt haben. Das war schon schlimm genug. Aber Körperverletzung? Menschen, die anderen Menschen helfen wollen, zu verletzen? Real Talk? Das verstehe ich nicht. Das könnte sein, dass ich, das ist nicht mehr, jetzt kannst du nicht mal irgendwie als Scherz irgendwie so rüberbringen. Du musst dir einfach vorstellen, ein Rettungswagen fährt gerade los. Sie greifen die Rettungskräfte an und die Rettungskräfte treten den Rückzug an. Und dann kommst du nach Hause und deine Mutter liegt da blutend, warum auch immer. Der Vater hat halt den Krankenwagen gerufen, die Mutter liegt da blutend und sie warten seit 45 Minuten auf den Krankenwagen. Und das war wahrscheinlich genau dieser Krankenwagen, den sie dann blockiert haben, den sie dann die Leute da angegriffen haben. An gewisser Weise, weißt du, hey, also so schwer ist das nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die wirklich so dumm sind. Das ist wirklich dumm. Also, wer das nicht versteht, diese Logik, der ist als Mensch wirklich sehr, sehr dumm. Da musst du den wirklich mal auf den Kopf hauen, den wirklich mal richtig intensiv in ein Trainingslager schicken und denen mal erklären, was das bedeutet und ob das fruchtet, das ist auch noch die andere Frage. Weil im Grunde ist es eigentlich doch, im Grunde, du musst es ja nicht mal wirklich verstehen, lernen aus Erfahrung, spüre es, dann versteht man es wirklich von Natur aus. Aber rücken wir mal die Fake News, die im Zusammenhang mit diesem Thema kursieren, zu Recht. Carsten Stahl zum Beispiel sagte über die Silvesternacht folgendes. Was ist passiert in der Silvesternacht? Viele Dinge, viele Dinge sind passiert. Ausschreitungen in ganz Deutschland, die Menschen sind durchgedreht. Ich bin's, Carsten Stahl. Ich hab das Patent auf Scheißereden und ich schreie rum mitten auf der Autobahn. Ausschreitungen im ganzen Land ist ein... Also, in Großstädten, so hätte ich das jetzt auch gesagt, also in so, also in kleinen Dörfern oder vielleicht ein bisschen, also schon gerade so an der Grenze Stadt oder sowas, kann ich das kaum glauben. Es gibt immer wieder bestimmte Vollidioten, Entschuldigung, ich bin eigentlich nicht so erinnert, aber das regt mich selber persönlich auf irgendwie. Es gibt immer einen Idioten in jeder Stadt, in jedem Dorf, in jedem Kuhkaff. Es gibt immer einen Idioten, der über Stränge schlägt. In Großstädten sammeln sich dann die Idioten. Siehe Berlin, 25 Leute rauben einen Krankenwagen raus. Das sind schon 25 Idioten in Berlin. Also, muss man das so sehen, ne? Aber in Dörfern, wer glaubt denn den Scheiß? Sogar ich, ich brauche, ich habe, also ihr kennt mich ja. Ich bin an diesen kompletten Medien, gehe ich meistens immer komplett vorbei. Also ich schieße komplett weg davon. Ich informiere mich auch nicht so wirklich gut. also ich kriege das am Rande immer mit. So Pi mal Daumen, von der Quelle, von der Quelle, von der Quelle, also von mehreren Quellen, aber ich höre nicht richtig hin, ich schaue nicht richtig hin. Also nicht, dass es mich nicht interessiert, sondern es ist nicht für mich gerade so relevant. Ich habe da gerade zu diesem Zeitpunkt dann was anderes im Fokus. Das meine ich damit. Aber sogar ich kriege das mit und wenn ich dann diesen Satz höre, denke ich mir so, nein, macht gar keinen Sinn. in Dörfern, in einem Kaff, wo 20 Leute leben, da eskaliert keiner. In einem Dorf, wo 2000 Leute leben, dann nervt vielleicht einen Idiot. Bei 10.000 Leuten nervt man halt fünf Idioten. Aber das ist keine Ausschreitung. Fünf Leute können kein Dorf ausschreiten lassen. In Berlin sieht das anders aus. Da sind es bestimmt mehr als 100 gewesen. Ich habe eine Zahl gelesen, ich glaube, irgendwie ist es 150, aber ich glaube, es waren weitaus mehr. Das ist ja nur die Zahl, die veröffentlicht wurde. Die Dunkelziffer ist bestimmt noch mal viel, viel höher. Das ist meine Lieblingsstelle. Oh, da bin ich mal gleich gespannt. Und yo, großer Hallöchen, willkommen zurück. Klar, hast du ein gewisses Grundrecht auf Bildung, Wohnung nach und Grundversorgung, teilweise aber nicht in gleicher Weise wie andere zum Beispiel eine arme Familie, die in den Eltern selbst vielleicht nicht die Möglichkeit höhere Bildungswege erhalten haben und können selbst ihre Kinder nicht genügend fördern, Förderstunden bezahlen und so weiter. Kinder, ärmere Familien bleiben häufig in Verhältnissen und Ungerechtigkeit gibt es auch in anderen Gebieten. Suchen nach geeigneter Wohnung in der Stadt. Okay, ja, die Statistiken, also ich habe da schon mal, achso, das war Tobias Such, okay, alles klar. Auf der Autobahn schreien ist echt geil. Nee, also ja, das habe ich auf jeden Fall auch schon mal, ach Gott, wann waren wir? Das war schon ein bisschen länger her. Da hat er irgendjemand auch ein paar Statistiken, ich glaube, es war irgendeine Präsentation damals in der Schule. Also damals in der Schule rede ich jetzt von ungefähr fünf Jahren. Schule ist übertrieben, eigentlich eine Ausbildungsstätte. Da gab es dann, hatten wir auch, glaube ich, haben das Thema gehabt wegen Armut und Armutsgrenze und diese Förderung. Ja, das stimmt. Ärmere Verhältnisse, wenn Eltern auch arm sind, dass du natürlich viel, viel mehr Probleme hast. Das ist auch wirklich bedauerlich und ich wüsste auch, ich wüsste auch gerne, wie man das Ganze wirklich anpacken könnte als Gesellschaft, um dies zu richten. Das erst mal gleich vorab, das wünschte ich wirklich sehr, dass niemand unter Armutsverhältnissen leben muss. Muss ich gleich sagen, als Anmerkung aber, du weißt nicht, ob das jetzt wirklich ein selbstverschuldeter Fall ist oder ein Fall, der extern wirkt. Du weißt auch nicht, was man dafür nutzt, das Geld. Also ich habe es oft genug jetzt, wie gesagt, ich habe ja mal als Security gearbeitet, sie haben Geld bekommen und hatten am Ende des Monats kein Geld mehr, nicht weil sie die Essenssachen nicht bezahlen könnten, doch sie hätten das alle bezahlen können, das weiß ich selber. Sie haben es aber für Sachen ausgegeben, die optional sind. Optional heißt Alkohol, Zigaretten. Also ich rede nur von diesen Sachen, also ich rede jetzt mal nicht weiter, nur die beiden Sachen. Es gab noch viel, viel mehr Sachen, die sie ausgegeben haben, was nicht sein sollte. Gut, wie gesagt, Flüchtlingsheim ist, kannst du jetzt nicht vergleichen mit Leuten, die in Deutschland aufgewachsen sind und in der Armut leben. Aber ich sage es mal so, ich denke mal, viele Leute haben es auch nie gelernt, mit Geld umzugehen. Vielleicht liegt es auch daran, vielleicht liegt es auch daran, dass viele Leute die falschen Sachen einkaufen auf Dauer. Also könnte man es mal angehen. Ich glaube, da ist natürlich viel, viel mehr, das ist auf jeden Fall viel, viel mehr. Aber als Beispiel, als kleines Beispiel mal so gesehen, das trifft auf jeden Fall nicht auf alle zu, aber auf den Bruchteil könnte ich mir schon sagen. Und manche wollen aber auch bestimmt nicht arbeiten gehen. Davon gibt es auch ein paar Leute. Das hat man auch schon öfters mal erlebt, so, ich habe keinen Bock auf Arbeit, ich kriege ja sowieso Geld. ist eine schöne Einstellung, ist halt ein, eher ein Überleben statt ein Leben. Das muss man gleich dazu sagen, das ist ein Überleben. Zum Beispiel, ich könnte mir keine Zigaretten kaufen, wenn ich jetzt, oder ich würde mir keine Zigaretten kaufen, wenn ich in Hartz IV fallen sollte. Weil dann kann ich es mir nicht mehr leisten. Dann muss ich meine Prioritäten auf meine Grundnahrung richten und Zigaretten und Alkohol gehört nicht zur Grundnahrung. Das ist schon gleich vorab. Aber wir tun das Thema jetzt nicht wirklich noch weiter ausfächern, weil das ist zu groß. Dafür müsstest du ein eigenes Video machen, beziehungsweise eigentlich müsstest du gleich in die Politik gehen und da mal die Sache anpacken. Das Problem ist, ich wüsste gar nicht, wo man da wirklich eine Unterstützung leisten kann, außer mehr Geld geben. Das ist die einzige Lösung, die ich im Automansch komme. Aber ich bin auch nicht in der Politik, ich kenne die Szenerie nicht, ich weiß nichts davon. Das ist mein Problem. Aber es ist auf jeden Fall echt scheiße, dass es sowas gibt. Und wegen geeigneter Wohnung, ja, was ist geeignete Wohnung? Ab wann ist es eine geeignete Wohnung und wann nicht? Also, dass du natürlich mit bestimmten Nachnamen bedauerlicherweise schlechtere Chancen hast, ist schon sehr, sehr bitter. Weil ganz ehrlich, wenn man meinen Nachnamen hört, dann dürfte ich mich auch nirgendwo bewerben. Da würden auch so alle sagen, nee, 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 den lassen wir nicht rein. Kein Witz, kein Witz. Aber, ich glaube, da gibt es auch Mittelwege, das ist auch noch zum Gehen. Und was ich hier schlimm finde, es sind gerade aktuell die Mietpreise. Also, die steigen halt immer mehr und, ja, der Normalarbeitende kann eigentlich auch schon bald aufhören zu arbeiten, weil die Miete langsam wirklich sehr, sehr horrend wird. Je nachdem, wo du wohnst, vor allem in Großstädten. Ich weiß gar nicht, ich frage mich immer noch, warum man in Großstädten zählt, die, da kann man sich doch die weiteren Wohnungen gerade mal so leisten. Du zahlst in Stuttgart für, oh, lass mich lügen, das habe ich vor ein paar Jahren gesehen, ich habe schon lange nicht mehr, aber wisst du was, ich schaue mal ganz kurz, ich schaue mal, ganz kurz, wie teuer eine Wohnung in Stuttgart ist. wie hieß das nochmal, irgendwas, ah, hier, ImmoScout24, jetzt habe ich das Spiel aufgemacht, nein, nein, so, ImmoScout24, lass mal schauen, lass mal schauen. Ja, ich akzeptiere alle ihre Bedingungen und verkaufe meine Seele, danke. So, ich suche, na, wo suche ich denn? Stuttgart. Stuttgart? Wir machen nur Stuttgart. Suchradius hinzufügen, machen wir, wir wollen in Stuttgart direkt wohnen, das heißt, wir dürfen nicht zu hohe Rate machen, ungefähr 4,2 Kilometer im Radius. Wohnfläche, wir gehen davon aus, eine Person, ich glaube, eine Person ist mit 50 Quadratmeter zufrieden, oder? Maximal, maximal. Und was ist minimal, was würde man als minimal nehmen für Quadratmeter? Habt ihr da eine Idee? So 20 Quadratmeter? Reicht vollkommen, oder? Als Einzelperson. Wir reden nur von einer Person. Ich mach mal 20 bis 50, ne? Kaltmiete machen wir gar kein Maximum, weil ich weiß, dass es zu viel wird. Oh, warte mal, jetzt hab ich auch, das sind bis 0 Euro, ja klar. Bis 0 Euro, klar. Gibt's natürlich keine Wohnung. Wir machen jetzt 2.500 Euro. Ich habe, legit, vier Ergebnisse gefunden. Einmal, eine, ja toll, eine Etagenwohnung, vierte Etage, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, das ist ungewöhnlich günstig, ja, Baujahr 1923. Die ist eine Drei-Zimmer-Wohnung, okay, die kann man sich sogar noch leisten. Warmmiete 593 Euro. Das ist sehr, sehr skurril. Das ist sehr, sehr skurril. Hat eine Wohnfläche von 45 Quadratmeter. Also, vielleicht sieht man das sehr günstig. Wenn ihr Bock habt, zieht nach Stuttgart, dann können wir uns mal treffen. Dann komme ich bei euch vorbei und trinke ein Bierchen. Ich lade euch ein. So, ich sortiere mal nach Preis Niedrigster. Das war nämlich der Niedrigste. Jetzt kommen wir schon zu einem höheren Preis. Jetzt haben wir eine Drei-Zimmer-Wohnung mit 44 Quadratmeter, also 45 Quadratmeter mit 950 Warnmeter. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, aber wie gesagt, es sind ganz Stuttgart. Jetzt kommen wir nochmal zu einer Drei-Zimmer-Wohnung, die hat auch nochmal genau gleich viel, Quadratmeter fast. Und dann kommen wir zu einer Vier-Zimmer-Wohnung, 47 Quadratmeter für 2200 Euro. Irgendwas stimmt hier nicht. Doch, das stimmt. Also, vier Wohnungen in ganz Stuttgart, unangenehm wenig. Es gibt also so gut wie gar nichts. So gut wie gar nichts in Stuttgart. In Berlin will ich gar nicht da wissen, was es da alles gibt. Aber du kannst dir fast gar nichts mehr leisten. Du musst mit Glück hoffen, dass du einen coolen Mieter hast, vier Mieter hast und dass du irgendwie die Möglichkeit hast, über direkt Kontakt. Zu passenden Studien kommt man in der Google-Suche bei der Anfrage Kinder, arme, Eltern, Bildung. Natürlich gibt es schwarze Schafe, sollten wir hier. Ja, wir pauschalisieren hier so oder so niemals. Wir sharen nie alle Menschen, die übereinkommen. Macht keinen Sinn. Menschen sind individuell. Und jo, guten Abend, lieber Micha. Ich will auch nicht arbeiten gehen. Mein Chef sieht das nur anders. Du meinst, du hast ein Hobby, Wohnung, oder? So, wir machen weiter. Ein bisschen zu polemisch ausgedrückt, würde ich sagen. Es gab in einigen Städten Ausschreitungen. Verteilt in ganz Deutschland, ja, aber nicht überall in Deutschland. Das ist eine überzeichnete Darstellung der Zustände, die im weiteren Kontext der Debatte falsche Schlüsse zu... Es ist Carsten Stahl, was lockt dir denn? ...zulässt. Und zum weiteren Kontext kommen wir jetzt. Denn einige Leute erklären die Silvesternacht mit ungeregelter Migration und gescheiterter Integration. Die Wahrheit jedoch ist, dass das eine viel zu vereinfachte und vor allem falsche Darstellung der Tatsachen ist. Ausgesprochen brutale Ausschreitungen im sächsischen Borna dagegen interessierten genau niemanden. Genauso wenig wie die Randale im fränkischen Ostheim von der Rhön. In beiden Fällen waren die Täter ausschließlich weiße Deutsche. Gerade Borna... TäterInnen. Ganz witzig. ...ist für solche Bilder an Silvestern nicht unbekannt. 2018 und dieses Jahr wurden dort rechtsradikale Parolen gerufen. Und wenn ihr jetzt denkt, ja okay, so in ländlichen Gegenden, aber guckt doch mal in Berlin, da wo viel mehr Migranten leben. Dort waren es größtenteils die. Nein. Leider auch falsch, weil dieses Narrativ durch falsche Zahlen befeuert wurde. Außerdem stellt sich nun auch noch heraus, dass die ohnehin schon unsachliche und weitgehend faktenfreie Debatte auch noch auf völlig falsche Zahlen basierte. So hatte es zunächst geheißen, in Berlin-Neukölln seien 145 Tatverdächtige nach den Ausschreitungen festgenommen worden. Davon 45 Deutsche. Doch das musste die Berliner Polizei nun korrigieren, wie der Tagesspiegel berichtet. So wurden lediglich 38 Personen nach Krawallen festgenommen, wovon zwei Drittel Deutsche sind. Aber sprechen wir über rechtsradikale Deutsche? Wie gesagt, dieses Wort Deutsche, im Grunde, jeder, der in Deutschland lebt, einen deutschen Pass hat, ist für mich ein Deutscher. Deswegen, du musst auch bedenken, wer schreibt das? Ab wann zählst du als Deutscher? Das ist schon die erste Frage. Und zweite Frage, wen interessiert das? Es geht um die Sache an sich. Verhindert doch die ganzen Krawallkörper. Ja, ich sage Krawallkörper extra. Im Grunde, Feuerwerkskörper verbieten, und das ist eigentlich sogar mein persönlicher Wunsch, es sollen maximal, wenn man unbedingt noch drauf beharrt, dann soll man maximal, und ich sage extra, maximal sollen die Städte das ausrichten. Keiner sollte mehr Privat, Böller oder Raketen haben und die selber befeuern dürfen. Das ist sogar mein persönlicher Wunsch. Auch wenn es wahrscheinlich, so, das ist Tradition, ist mir scheißegal. Es ist schön, mal ein Feuerwerk zu sehen. Aber ich will es sehen. Ich will es nicht selber betreiben. Und ich will vor allem nicht davon abgeschossen werden. Deswegen fände ich eigentlich eine gute Regelung, wenn die Städte das wenigstens organisieren. Dann verlangen sie einen kleinen Eintritt, einen kleinen Soll, wenn sie näher dran sein wollen. Ansonsten gehen sie halt auf irgendwelchen Hügel, Dächer, ETC, genießen sie aus der Ferne, nimm die Stadt ein bisschen was ein, halt organisationstechnisch musst du halt was übernehmen. aber dann hast du keine Probleme mehr mit irgendwelchen krassen Auseinanderschreitungen. Und übrigens auch ein viel, viel besseres Ding für die Umwelt, als wenn jeder selber büllert. Das noch dazu gesagt, ne. Wobei schon Böllerei allgemein schon heftig ist, aber dann kannst halt nur noch, bin mal im Reaction-Log. Alles klar, Micha. Vielen lieben Dank für dein Lurky. Kurz, die gehen raus. Aber, wie gesagt, keine Privatperson sollte mehr sowas haben. Bin ich absolut der Überzeugung. Schon damals im jungen Alter fand ich das nicht wirklich so tolle. Ich hab glaube, mit 13 hab ich geböllert, mit 14 hab ich dann schon entdeckt, Batterien und Raketen sind geiler. Und inzwischen sag ich, Wunderkerze reicht mir vollkommen. Hui, Hui, Hui. Und das war's. Und dann schau ich alle anderen zu dabei. Traurigerweise gibt es viele, die einen fremden Narrativ als Täter sehen wollen. Sind das die bösen Ausländer? Und es ist eher eine Gruppe, ja, komplett unschuldig. Deswegen baut sich ein Feindbild so gut auf. Bringt uns der Lösung auf jeden Fall nicht weiter. Safe. Genau das ist ja das Problem. Sollte man einfach erstmal die Wurzel anpacken. Es ist nicht der Mensch, der das Problem ist, sondern das Produkt erstmal vor allem. Vermietest Produkt kann der Mensch nicht mal so ein Problem werden. So einfach ist es. Und mal ganz ehrlich, wie gesagt, ob es ein Deutscher war oder nicht, wo ist die Grenze? Das ist meine Frage. Wo ist da wirklich die Grenze? Wo haben die die Grenze gezogen? Und das Nächste ist, du hast 45 Leute jetzt festgenommen, die meisten sind wahrscheinlich weggerannt. Würde ich jetzt mal stark vermuten. Für Menschen ist das schon das Problem. Nur interessiert Nationalität, Religion und der ganze Quatsch dabei nicht. Ja, aber du weißt, was ich meine. Hättest du das Produkt nicht, könnte keiner, soll ich eine Ausschreitung machen? Weißt du, was ich meine? Dass der Mensch, dass der sowas ansteht, ist sowas schon ein Problem. Aber da immer hingestellt, hätte das Produkt nicht, wäre sowas nicht gekommen. Zumindest nicht in der Art und Weise. Nein. Wir sprechen über Männer mit Migrationshintergrund, wie wir so vornehm sagen, die nicht bereit sind, sich an die Regeln dieses Landes, dieser Demokratie zu halten. Oder wie Merz sagt, wenn er sich mal nicht zurückhält. Die kleinen Paschas. Das ist definitiv die falsche Debatte, die wir hier führen und dementsprechend führt sie auch nicht zu einem angemessenen Ergebnis. Aber worüber müssen wir dann sprechen? Es ist ja nicht jemand kriminell, weil er eine gewisse Hautfarbe hat und eine gewisse Religion hat, sondern das hat etwas mit dem Umfeld zu tun, in dem die Menschen leben. Es hat etwas mit Chancen zu tun. Es hat etwas mit Zukunftsperspektiven zu tun. Wir sehen nicht nur unter den betroffenen Gruppen, sondern allgemein in vielen wissenschaftlichen Studien, dass das Vertrauen der Menschen in staatliche Institutionen massiv abnimmt. Das ist das Problem, was wir anpacken müssen. Zu sagen, Ausländer wären das Problem, ist nicht nur falsch, weil es tatsächlich mehr Deutsche waren, sondern es wäre selbst dann noch falsch, wenn es... Gleich darauf zum Vorab, jetzt fällt mir gerade auch noch ein, das kommt immer auch darauf an, wie viel... Es geht ja auch um die Verhältnisse wahrscheinlich. Gleich vorab, es könnte auch sein, dass es da hier ein Verhältnisspiel war, warum das wahrscheinlich so falsch interpretiert wurde. Weil halt in Deutschland am meisten natürlich deutsche Leben ist ja klar. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, ab welchem Punkt sie das als deutsch genommen haben. Für mich wäre es ja schon allein einfacher, ja, jeder, der einen deutschen Pass hat und hier in Deutschland lebt, ist für mich ein Deutscher. Aber gut, sagen wir es mal so, ohne Migrationshintergrund würde ich trotzdem sagen, dass der größte Anteil deutsch ist. Wäre cool, wenn ich ganz kurz mal jemand googeln würde, wie viele ohne Migrationshintergrund in Deutschland leben. Wäre mal interessant, dann könnte man auch noch mal als Relation das Ganze betrachten. Insgesamt, wie gesagt, sollte man aber trotzdem die Sache an sich angehen. Das fand ich jetzt eigentlich gar kein schlechter Beitrag. Ich glaube daher auch von dir, Paddy, die Anmerkung, es geht um diese Chancen und um diese vom Staat hier vernachlässigt. Gar nicht so schlecht. Deutscher ist, wer die deutsche Staatsbürgerschaft hat. So einfach ist es. Ja, das sage ich doch die ganze Zeit. Wer sich ein deutscher Regeln hält, wer in Deutschland lebt, wer in Deutschland den Pass hat und wer einfach hier einfach bleiben möchte, der ist ein Deutscher. Ist doch scheißegal, wie er aussieht. Meine Fresse. So einfach ist es. Man muss es halt aber kompliziert machen. Du weißt, sobald es in die Politik geht, kannst du nicht mehr schön ganzheitlich denken. Also nicht Schubladen denken, sondern ganzheitlich, dass ein Mensch dann doch ein Mensch ist. tatsächlich mehr Ausländer gewesen wäre. Chancengleichheit wichtig, Nationalität Blödsinn. Dann kennt man die Inhalte des bisherigen Dialogs wieder. Nicht die Hautfarbe, die Religion oder die Kulturschaft kriminelle, sondern die Lebensumstände. Also selbst wenn die Täter mehrheitlich Ausländer gewesen wären, wäre es trotzdem falsch zu sagen, es wäre ein Problem mit der Migration. Denn dann müsste man sich eher anschauen, warum diese Ausländer mehrheitlich in Lebenssituationen stecken, die zu Kriminalität führen. Das schließt aber natürlich nicht aus, dass es durchaus Probleme mit der Migration gibt. Aber nur das Migrationsproblem zu adressieren, klingt so, als ob man die Schuld von sich abweisen möchte. Nach dem Motto, die Ausländer, die sind nicht in der Lage, sich zu integrieren. Also, was sollten wir nach dieser Silvesternacht finden? Es ist ganz einfach. Helft, wo es geht. Wenn irgendwo eine gewisse Gleichheit gibt. Wie gesagt, hat ja Titek gerade gesagt, wenn halt einen größtenteils halt dementsprechend Migrationshintergrund haben, sollte man erst mal deren Umfeld anschauen. Warum würden sie so agieren? Warum ist das so geschehen? Dann erkennen sich ganz andere Muster wahrscheinlich. Finde ich gar nicht so schlecht. Finde ich mal cool. So kommt man einfach mal weiter. So kann man auch mal weiter denken. Vielleicht über den Tellerrand. Finde ich sehr nice. Für Konsequenzen ziehen. Eine Maßnahme wäre aus meiner Sicht ein Böllerverbot. Feuerwerkskörper gehören nicht an Privatleute ausgehändigt. Danke. Auch für ein Böllerverbot gibt es wieder mehrere Gründe, die ich hier auch mal kurz zusammenfassen werde. Erstmal produziert das alles so eine harte Belastung für die Umwelt. Erstens, über 2000 Tonnen Feinstaub werden nur an Silvester in die Luft geblubbert. Zweitens, fast 2000. So, warte mal, hat er nach Zahlen einen Mikrozensus. 21,2 Millionen Menschen in Deutschland einen Migrationshintergrund. Das war 26%. Mehr als die Hälfte davon ist ein deutscher Staatsangehöriger. Warte mal. Was? Okay. Oh, also im Grunde, also die ohne Migration, die Deutschen, die gibt es nicht mehr so richtig. Also im Grunde, wir sind jetzt schon dementsprechend kleiner. Interessant. Finde ich sehr, sehr interessant. Ich lese euch mal ganz kurz vor. 2019 hatte nach Zahlen des Mikrozensus 21,2 Millionen Menschen in Deutschland einen Migrationshintergrund, was 26% der Bevölkerung in deutschen Privathaushalten entspricht. Mehr als die Hälfte davon sind deutsche Staatsangehörige. 52,4%. Der Anteil der ausländischen Staatsangehörigen beträgt damit 47,6%. Also 50-50 sogar. Insgesamt sind fast zwei Drittel der Personen mit Migrationshintergrund selbst migriert. Erste Generation. Während über ein Drittel 35,6% bereits in Deutschland geboren wurden. Zweite und oder Folgegeneration. Wie gesagt, die Zahlen wusste ich nicht. Wie gesagt, ich interessiere mich nicht dafür, woher die Leute kommen. Aber auch mal interessant, sowas zu lesen auf jeden Fall. Ihr wisst Bescheid. 1.400 Tonnen CO2 entsteht durch das Silvesterfeuerwerk. Neben der Umwelt gibt es ja auch noch die Gesundheit. Und in der Silvesternacht sind Krankenhäuser besonders stark belastet. Und das liegt nicht nur an Leuten, die es mit dem Alkohol übertreiben. Verbrennungen und verlorene Gliedmaßen. Die Menschen, die Silvester oder an den Tagen danach auf der Intensivstation behandelt werden müssten, litten beispielsweise an Verbrennungen oder dem Verlust von Gliedmaßen. Die meisten Verletzungen passieren außerhalb der Norm mit selbstgebastelten oder nicht zugelassenen Böllern. Ich will ja jeder mal Böllern haben. Für Fortnite. Wow. Dieser Trend für Fortnite. Es sind Memes im Kopf, die gehen nie wieder weg. Ich habe gar nichts gemacht. Jeder kennt diesen Meme. Ich habe gar nichts gemacht. Aber der ist im Kopf. Ich bin da raus. Ach, bitte. Nee, ich habe gerade das Diagramm angeschaut. Also im Grunde im Viertel sind ohne Migrationshintergrund Deutsche. Also im Grunde alles schön gespalten. Also gespalten. Sorry. Falsches Wort dafür. Im Grunde alles schön verteilt. So war das gemeint. Ach, geil. Selbstgebastelten Böller sind ein weiterer Grund, warum Feuerwerkskörper nicht an Privatpersonen gehören. Ein weiteres Pro-Argument für ein Böllerverbot sind die Tiere. Sowohl Haustiere als auch Wildtiere. Ich habe drei Kaninchen, die an Silvester immer extrem Angst bekommen und gerade Kaninchen sind bekannt dafür, dass sie sehr leicht Herzinfarkte bekommen. Andere Haustiere können genauso leicht abnippeln und andere kriegen einfach nur extreme Panik. Nicht die süßen Kaninchen. Ich liebe Kaninchen, aber ja. Weißt du, so viele Gründe gegen Feuerwerk aber Deutschland? Nee, 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 nee. Müssen wir behalten. Ist eine Tradition. Wow. Ich weiß nicht mal, warum die Gründe dafür sind. Wahrscheinlich, weil die Bevölkerung sagen würde, nee, das gehört so, das muss so sein. Dann merkt man einfach schon wieder, irgendwie ist eine gewisse Grundsatz von man muss dumme Entscheidungen treffen. Kaninchen sind süß, hatte auch mal welche. Ja, ich hatte zwei Kaninchen. Nee, drei Kaninchen. Erste Kaninchen ist Geschmack. Nee, wir waren das. Danke, Gottfried. Grüß dich. Und Leute, kennt ihr noch nicht den geilsten RPG Dungeon & Dragon Marsch? Dann geht mal zu Gottfried Gaming. Absolut cooler Dude, der haut es einfach mal raus. Könnt ihr auch gerne euch mal geben, wenn wir schon dabei sind. Ich kann auch, ich kann den Gottfried Gaming. Also, könnt ihr mal auf jeden Fall mal reinschauen. Ich glaube, mein erstes Kaninchen war, oh Gott, ich kann mir schon so lange her, ich glaube, das erste Kaninchen ist am Altersschwäche gestorben. Das zweite Kaninchen hieß Tobi, das weiß ich noch, denn Tobi war extrem bissig, warum auch immer. Also, ich konnte ihn nicht hochheben und so und dann durften wir den aber dann austauschen, das hört sich doof an, aber ich konnte ihn nicht heben. Gut, ich war ein kleines Kind, ich war gerade mal acht Jahre alt oder neun Jahre alt und es war so bissig, ich hatte keine Chance. Und dann kam, oh Gott, ich habe es echt nicht mit Namen, nicht mal meine eigenen Haustiere. Ich kann mir nur Tobi merken, weil ich den noch als Hamster hatte. Der ist aber auch an Altersschwäche gestorben, aber nochmal früher. Und wie gesagt, mein dritter Hase, der ist dann, wo ich dann über Weihnachten im Urlaub war, hat mein Bruder in den Stall nicht gemistet und hat auch das nicht abgedeckt und ja, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Tobi hat dich zum Fressen gerne auf jeden Fall, das hat mich so oder so jeder Zwinker und lecker. Ne, ich habe noch nie in meinem Leben Hasen gegessen. Ich habe noch nie in meinem Leben Hasen gegessen. Werde ich auch nie. Werde ich auch nie. Ich glaube, das Einzige, wo ich wirklich ein richtig, richtig, richtig mulmiges Gefühl hatte, was ich gegessen habe, war Lamm. Das ist das erste Mal, wo ich richtig schlechtes Gewissen hatte, wo ich Fleisch gegessen habe. Aber da in der Hinsicht bin ich auch langsam etwas gewillter, vielleicht zumindest etwas spezialisierter mit Fleisch umzugehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht muss ich einfach nur mehr verdienen, dann kann ich mir teures Fleisch leisten und dann brauche ich, also richtig teures, wo ich dann weiß, ganz genau alles gut gepflegt, gut behandelt, roman und das Ganze dann reduzieren wir vielleicht auf einmal die Woche Fleisch. Unsere Kaninchen sind in Bratzhäne gestorben. Die Hobbybiologen, Kaninchen und Hasen sind nicht das Gleiche. Okay, wusste ich echt nicht. Neben Haustieren gibt es aber auch noch Wildtiere, die zusätzlich noch weitere Probleme haben können. Bei Tieren, die sich in der Winterruhe befinden oder Winterschlaf halten, besteht die Gefahr, dass sie geweckt werden oder aufschrecken. Dadurch könne ihr Stoffwechsel angeregt werden und der Energieverbrauch steigen und das beim geringen Nahrungsangebot im Winter. Eigentlich pennen die Viecher da, wachen dann aber wegen Böllern auf und haben dann nichts zu fressen da. Tiere ohne Nahrung sind nach einiger Zeit nicht... Okay, aber da müsste ich jetzt aber zumindest ein bisschen widersprechen, eigentlich auch bei den Haustieren und zwar Gewitter sind doch eigentlich auch manchmal richtig, richtig laut. Also der Punkt kommt nicht ganz an, weil es gibt ja auch Gewitter, die extrem laut sein können. Das kannst du ja nicht einkalkulieren, wobei doch das andere ist ja optional. Vergiss das, das Silvester ist optional, Gewitter nicht. Nicht mehr so lebendig, falls ihr eins oder eins nicht zusammenzählen konntet. Und das sind nur zwei Sachen von vielen weiteren negativen Effekten auf die Tierwelt. Aha. In Hamburg kamen die Kehrmaschinen schon kurz nach Mitternacht. Zehn Tonnen Feier-Sylvester-Müll sind es alleine in der Hansestadt. Eine Alternative zu Feuerwerk? Jede Großstadt macht eine Drohnenshow und gut ist. Wunderschön, kein Feinstaub, kein CO2, Keine Drohnen, Batterie, ja, bin ich mir nicht ganz sicher, aber so insgesamt könnte es wahrscheinlich auf Langzeitwirkung etwas besser sein. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Eine Drohnenshow. Habt ihr schon mal eine Drohnenshow gesehen? Also ich habe mal ein paar Videos gesehen. Echt nice. Echt cool gemacht. Ich finde es sehr faszinierend. Keine Gefahr für Menschen, keine Gefahr für Tiere. Die anderen Konsequenzen, die wir aus der Silvester-Nacht ziehen sollten, sind eher allgemein und sind nicht direkt auf Silvester bezogen. Wir müssen halt verhindern, dass Menschen in Lebensumstände kommen, in denen sie kriminell werden. Ist einfach gesagt, ich weiß und ich habe auch keine konkreten Pläne, wie man das machen kann. Aber ich bin mir sicher, dass Experten und die Politik schon Lösungen haben, die aber wie immer nicht umsetzen. Vielleicht wäre... Die Politik hat Lösungen? Die Politik hat Lösungen? Der ist gut. Ich habe so das Gefühl, da gab es doch nie irgendeine Lösung für irgendwas Gescheites. Zumindest kann ich mich hier noch an nichts Gutes erinnern, was die Politik mal gemacht hat. Ja, ich weiß, ich bin ein medienferner Mensch. Aber guck mal, an die negativen Sachen kann ich mich gut erinnern. Aber an die positiven Sachen habt ihr vielleicht irgendwas in den letzten 15 Jahren an der Politik, wo sie sagt, ja, hey, das haben sie echt gut gemacht. Ja, das ist... Ich wollte als Grundelementares, das 9-Euro-Ticket, sorry, das war eine Beschwichtigung der Bevölkerung, damit sie etwas Ruhe geben, meiner Meinung nach. Das ist so ungefähr, als würde man uns einfach Alkohol in die Hand drücken. Der wurde abgeschafft? Echt jetzt? Muss ich mal auf Gehaltsabrechnung schauen. Und wo kommt dann der Solidaritätszuschlag? Kam der dann hin? Der wurde doch bestimmt irgendwo wieder... Nimm, was du kriegen kannst. Wie war das? Nehmt ihnen alles und gebt ihnen nichts. War doch der richtige Spruch, oder? Für Sparta! Eine Lösung dafür ja auch, das bedingungslose Grundeinkommen. Wer weiß. Aber das ist eher so Halbwissen von mir, daher ist das eher als Denkanstoß zu verstehen. So ist das halt, wenn man die Weisheit nur mit einer Gabel frisst. Man frisst nur die Hälfte. Aber das soll es mit diesem Video gewesen sein. Das Video war jetzt eh umfangreich genug. Am Mittwoch schauen wir uns dann mal weirde Reaktionen von kleinen YouTubern auf meine Videos an. Glaubt mir, es ist eine wilde Achterbahnfahrt der Emotionen. Von Cringe zu Wut zu Lachen. Alles dabei. Ich hoffe, wie immer, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann liked es gerne und abonniert hier meinen Kanal. Immer in die Kommentare und klickt dann auf diese beiden Videos hier. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Oh mein Gott. Denkt ihr, ich komme vor? Denkt ihr, ich komme vor bei T-Tech? Ich meine, ich bin klein. Ich bin manchmal cringy. Ich bin witzig. Ich bin auch wütend manchmal. Oder hat er nur mein Video angeschaut? Spaß beiseite. Es kann sein. Es kann sein. Aber ich habe ja erst, das ist ja gerade mal das dritte Video, was wir jetzt auf ihn reackten. Deswegen bin ich mir da gar nicht so sicher. Ich muss auf jeden Fall sagen, Like ist da. Oh, er hat auch viele, viele Quellen. Oh, wenn es denn jemand der Quellen angibt. Das ist schön. Könnten wir jetzt alles anschauen? Machen wir nicht. Geht zu lang. Vor allem, weil die Reaction jetzt schon 45 Minuten geht. Und das Video selber ging eigentlich nur 8 Minuten und 20 Sekunden. Also, wie sehr will ich mich selber hauptsnehmen? Wie viel kann ich eigentlich drüber reden? Wird eine neue Steuer holen, dann meckert jeder. Wird aber einer abgeschafft, merkt es keiner. Ja, toll. Also im Grunde nichts Positives an der Politik zu finden anscheinend. Wie gesagt, euch ist ja wahrscheinlich jetzt nichts eingefallen und ihr seid wahrscheinlich ein bisschen mehr auf dem Laufenden, was an der Politik angeht, als ich, weil ich habe wirklich nie einen blassen Schimmer da oben. Aber es gibt ja anscheinend nichts Geiles, nichts Positives, was euch wirklich gut in Erinnerung geblieben ist. Wie gesagt, das 9-Euro-Ticket war für mich eine Beschwichtigung der Bevölkerung nach den ganzen Corona-Gedöns, was ja zu einer Weise auch echt schief gelaufen ist mit diesen Quarantänen und allen möglichen drum und dran und diese ganze Hetze gegen Ungeimpfte und vor allem die Hetze gegen Ungeimpfte. Also, muss schon sagen, es sind Familien auseinandergegangen, weil manche geimpft waren und manche nicht. Das muss man sich überlegen. Das ist für mich pure Hetze gewesen, was wir getrieben haben. Jeder, wie er will. Dauerhafte Homeoffice-Pauschale. Hm. Danke. Stimmt. Ich kriege eine dauerhafte Homeoffice-Pauschale. Leider sind die Stromkosten glaube ich jetzt höher als die Pauschale, also ist das schon wieder gerufen wie gesprungen. Könntest du gemeint sein? Ja, auf jeden Fall. Nicht der Crenchige, ich bin eindeutig der Witzige. Eindeutig. Eindeutig bin ich der Witzige. So, das war es mit dieser Reaction. Falls ihr bis hierher gekommen seid, lasst doch auf jeden Fall erst recht ein Like da, weil ich habe mindestens 8 Minuten 20, 16, 24, 32, 40, ja, 48. Ich habe das Sechsfache an Material jetzt geschaffen. Wenn das nicht geil ist, weiß ich auch nicht. Mit diesen Worten sage ich hoch die Rechte und die Linke. Beide machen Winkel, Winkel. Bis zum nächsten Mal.